Die ersten 35 Minuten sind mir echt gut reingekommen, haben den Ball gut laufen gelassen, haben gute Torschancen rausgespielt, waren im letzten Drittel dann nicht so konsequent, wie wir es eigentlich vorhatten, dass wir schnell die Tore machen und kriegen dann ein dummes Gegentor. Wir sind nach der Halbzeit wieder sehr gut rausgekommen, haben guten Fußball wieder gespielt, gut nach dem letzten Drittel konsequent. Musik 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 Im Moment, dass ich 2-1 gemacht habe, haben wir nicht mehr so konsequent gespielt und da haben wir Tempo daraus geholt. Wir haben viele Fehler gemacht, sicher von hinten in der Aufbau und dann haben wir die Gegner wieder aufgebaut. Und so konnten die auch das 2-2 schießen. Ich bin zufrieden, wir haben richtig gekämpft, die sind doch alle kaputt in der Kabine. Wir haben viele Chancen, wir haben gut Fußball gespielt, zu wenig Tore geschossen, das ist so. Und letztendlich glaube ich, dass wir, ja, 2-2 ist zu wenig und dass nur das Ende, wie wir verteidigt haben, wie wir im Aufbau, dass wir Dinge gemacht haben, die wir uns nicht vorgenommen haben, das finde ich schade. Hoffentlich können die Spieler da auch wieder von lernen, aber doch war es ein gutes Spiel. Musik 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 Musik